Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Vice of the Tomb Raider. Ja, wir machen ja weiter, wo wir die letzte Folge aufgehört haben. Wir hatten ja gesagt, wir wollen heute noch so die ganzen Kisten und alles sammeln. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen das auch gleich. Vielleicht kriegen wir ja noch was Tolles. Kann ich Ihnen etwas holen? Wer ist da? Bist du das, Ornia? Nein, bin ich nicht. Ruhe dich aus. Sie kommt bald. Nein, ist das nicht. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Ich will das nicht mehr, du wohnst zu schwer. Gebt mir, danke. Ich will das haben. Dankeschön. Schwere Pistole, 2 von 4. Okay, dann holen wir uns gleich noch dieses Dokument hier. Alle sind sicher verletzt. Die Arme, sorry. Okay, können wir da jetzt irgendwie hin? Ist sonst hier irgendwas weiter drin? Da drin, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Hier ist ja noch alles zugesperrt. Wir müssen da irgendwo da rein, aber... Sehr mysteriös. Naja, egal. Dann gehen wir erstmal hier hinter so. Da hinter. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Vielleicht können wir da halt auch wirklich erst später hin. Oh nee, hier, guck mal. Hier kommen wir sogar rein. Toll. Warte mal, hier war da jetzt irgendwo das Dokument, oder? Oder bin ich jetzt gerade wieder komplett verwirrt? Oh nee, wo ist das? Oh nee, hier ist das. wieder raus, oder? Ich hab keine Ahnung. Ach, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Hm, hat er sich wieder verdrückt? Ähm, ähm, jetzt muss ich erstmal gucken. Warte mal, da hinten soll irgendwo eine Kiste sein. Ähm. Ich hab echt gerade keine Ahnung, wie ich dahinter komme. Ich komm mich da aber auch wirklich erst später hin, wenn... Wenn das hier vielleicht alles so nicht mehr brennt, wenn sich das, ich weiß nicht, ob sich das dann wieder verändert. Oh Gott. Da muss ich jetzt mal... so... Da muss ich jetzt erstmal wirklich gucken. Ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich jetzt gerade dahinter komme. Aber hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht lang. Das wird auch nicht aufgehen, so. Ich hab echt gerade keine Ahnung, wie ich jetzt dahinter komme. Keine Ahnung. Na, dann lassen wir das erstmal. Dann gucken wir vielleicht erstmal hier runter. Hm. Ja, wie gesagt. Ich hab gerade echt keine Ahnung. Kann man hier vielleicht so mit ein paar Leuten reden? Überhaupt. Brauchen Sie irgendwas? Wir schaffen's schon. Wir schaffen's schon. Wir schaffen's schon, sagt er. Aber ich glaube, ich glaube, man kann hier mit keinen reden, oder? Dass man davon irgendjemand was kriegt. Oder dass man halt für irgendjemand was machen kann. Hm. Schon wieder ein Herausforderungsgrab. Wo? Hier? Das hier? Ja. Und wir sehen, ob man hier reinkommt. Wie kann man denn überhaupt hier hoch? Okay, hier wird ein Baumstamm. Okay, jetzt ist immer wieder voll. Wir haben eine Kiste. Gib mir das. Dankeschön. Komm. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Okay, jetzt müssen wir doch hier hinten. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ui. Da kommen wir hoch. Hier kommen wir durch. Also müssen wir nachher bestimmt dort hinten zurück. Da haben wir was. So. Ich denk mal, wir müssen da hin. Ui. Ist ja noch irgendwo was im Wasser. Da unten ist noch was. Die Frage ist jetzt nur, ist das hier oder ist das drüben? Würdest du bitte tauchen? Clara, bitte taucht doch mal. Oder ist das... Ah, ist bestimmt zu flach, deswegen kann die nicht tauchen. Das wird zu flach sein. Das wird zu flach sein. Ja, mal gucken. Was haben wir denn hier? Ui. Hm. Eine Art Begräbniskammer. Ich weiß nicht, wie die da draufkommt. Ich weiß nicht, wie die da draufkommt. Ich weiß nicht, wie die da draufkommt. Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen. Aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Ähm. Kommen wir denn hier irgendwie hoch? Wir haben das Grab doch noch nicht abgeschlossen. Da oben ist ein Lagerfeuer. Aber irgendwie müssen wir doch hier hoch. Oder wir haben das Grab doch noch nicht abgeschlossen. Ja. Da oben brennt ein Feuer. Das haben wir ja schon gesehen. Ähm. Aber wie kommen wir jetzt hier hoch? Oh, da müssen wir wirklich dann einen Weg da oben hoch gehen. Kann ja auch sein, dass wir hier lang, dass wir doch hier lang müssen. Aber das werden wir gleich sehen. Ne, hier kommen wir ja wieder raus. Es ist das doch so, wie ich dachte, dass wir hier wieder rauskommen. Ui. Um. Hm. Sehr gute Flörge. Naja. Das war's jetzt ja auch nicht tief genug. Da unten ist doch der Hötze. Irgendwas. Hier hinter müssen wir irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Oder ist hier mal wieder was ich komplett irgendwo übersehe. Hier. Ja, hier müsste man. Normalerweise müsste man hier hoch. Aber die geht ja nicht hoch. Ach, hier. Ach, mh. Ja, ich hab das nicht gesehen. Hier. Ach, Mann. Voll droddel wieder. Ja. Ja. Das ist halt nicht. Wir haben mal irgendwas. Wir können hier. Waffen upgrade. Ja, das ist auch was für die. Na, mal gucken mal. Was kümmert denn hier noch ein bisschen Schaden. Nachladegeschwindigkeit. Munitionskapazität. Ja, okay. Komm. Neee. Neee. Reábiert du? Na. Oh, was liegt denn hier? Hmm, okay. So, soll das noch gemacht werden. Jetzt hat es aber einen Zug drauf. Hey, unsere Brüte ist umgekippt. Das war so nicht geplant, dass sie einfach ins Wasser rennt. Ach man, die Frau, die macht mich manchmal fertig. Ei, 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 ei. Nein, scheiße. Verdammte Kacke. Ja, wir haben es bald. Achso, jetzt sind wir hier drüben schon drauf. Achso. Die wussten, dass wir das geschafft hätten, deswegen haben die uns gleich hier... gleich hier hingeschickt. Wir mögen fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Hm, okay. Und ein anderes, so. Wir müssen überhaupt hier hoch? Oder müssen wir dahinter? Wir gucken einfach mal. Ähm. Ja, und anderem? Unter anderem. Wie geht man das denn hin? Wie geht man das denn hin? Ah, ich sehe es gerade. Das war wirklich wohl. Nee. Doch nicht. Scheiße. Oh Mann ey. Das reißt ja instant ab. Oder wir müssen das Boot da hinten rausziehen. So. So. Dann müssen wir das so machen. Hey. Lara. Scheiße. Ach komm schon. Das ist so ein Müll. Das ist doch kackeli kacke, oder? Das ist doch kackeli kacke, oder? Jetzt habe ich das falsch gedrückt. Ich wollte, dass die da... Da ist da eine Kurbel dran. Ich wollte, dass die das kurbelt. Dass das vielleicht ein bisschen schneller geht, oder? So. Oh. Scheiße. Mann. Das ist doch easy. Ui. Ja, nope. So gebeut ich das doch. Genauso haben wir das Gebäude. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert. Ein Geheimnis entdeckt. Oh. Oh, hier ist noch was. Alles voll. Bitte. Danke. Na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Not quite. Er hat auch ein Noi. Genauso. Ein Soccer. Ist das doch alles nombre? Okay. Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Warum zeigen die mir dann nicht nur eine große Mieze Katze, wenn das gar nicht geht? Drücken sie, bla 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 bla. Sehr, sehr mysteriös. Wie komm ich denn nun aber zurück? Wie komm ich denn jetzt zurück? Oh. Hey, hey, hey. Hey. Halt, da geht's wieder zurück. Nein, jetzt springt die noch nicht, jetzt fliegt die noch ins Wasser. Oh nein. Die sind... Scheiße. Jetzt ist die Tatsache noch ins Wasser gefallen. Ui. Vorsicht. Das funktioniert gar nicht. Da muss ich wirklich erst da mir das Anteboot dann holen. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, dass ich das so tun muss. Ui. Ganz schön gefährliche Sache hier. Besser fass mich auf hoher See. Oder wir gehen einfach hier hinter. Ich glaube hier hinten müssten wir hochkommen. Ja. Ja. Haben wir jetzt hier soweit eigentlich alles erledigt? Ja, oder? Boah, wir haben ja hier noch nicht mal irgendwo einen Punkt. Wir haben ja hier noch nicht mal irgendwo einen Lagerfeuer, wo wir hingehen können. Und jetzt den ganzen Weg... Ja, scheiße. Den machen wir denn jetzt auch noch nicht mehr. Wir haben erstmal einen neuen Punkt. Den können wir erstmal... Den müssen wir erstmal voll motiviert hier irgendwo einsetzen. Verbessern sie Feuerpfeile. Okay. Hm. Okay, wir machen einfach mal das. Holzspitzgeschosse. So. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt einfach... Ja, wo soll ich sonst hingehen, gell? Ich muss jetzt einfach... Da hin. Würdest du bitte mich da hin? Dankeschön. Und es lädt wieder eine Stunde. Und... Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Und es hat fertig geladen. Sehr schön. Warum nicht gleich so? So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg hier hinten rum. Wie war denn das jetzt nicht? Warten ist das nicht? Wo kommt man denn hier rum? Jetzt muss ich erstmal gucken. War das hier oben lang? Ach, und wieder verdrückt. Das ist ja ungefähr so. Es könnte so hinhauen, dass wir hier lang müssen. Lauf. Lauf. Oder schwimmen. wird los. Jetzt rummelt hier irgendeiner. Klingt so ein bisschen. Warum die aber nicht erstmal das Feuer löschen? Wär jetzt so fast nur so'n kleiner Vorschlag. Vielleicht einfach mal das Feuer zu löschen. Wie früher gehst es nun? Warte mal, wie kommen wir denn überhaupt dahin? So, hier sind die ganzen Verletzten. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, kommen wir denn überhaupt lang? Ja, genau. Warte mal, wie kommen wir denn hier runter an die Kiste? Wie kommen wir denn hier runter an die Kiste? Müsste ich denn hier irgendwo durch? Normalerweise ja. Ich müsste jetzt hier aus dem Häuschen aber raus. Hi. Was geht bei dir? Ich muss irgendwo dahin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann müsste ich dahin. Aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich jetzt dahin komme. Vielleicht komme ich wirklich auch erst später hin. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal. Ich würde dann jetzt meinen, ich beende jetzt die Folge einfach mal hier an der Stelle. Dann gehen wir nachher hier runter, machen die Hauptmission hier unten weiter. Wäre jetzt mal so mein Gedanke, dass wir das so machen. Ja, das wäre jetzt so mein Gedanke, dass wir das so machen. Dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Und genau. Ja, dann danke ich euch wie immer für's Einschalten und für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich sehr gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich meinen, bis nächste Folge. Lass dich nicht ärgern und nicht klauen. Tschau, tschau.